Ja, ich würde da ganz am Anfang beginnen. Also wenn du kompletter Anfänger bist, heißt du hast noch keine Kundenfeedbacks. Du kannst nicht mit bestimmten Referenzen punkten. Du hast kaum bis wenig Verkaufserfahrung. Du hast nicht so viel Budget generell beiseite. Du stehst einfach komplett am Anfang. Dann ist für dich der beste Weg die Kaltakquise. Und die Kaltakquise bedeutet, kalt steht einfach nur für den Wärmegrad des Kontakts. Kalt steht für kennt dich gar nicht, fremd. Warm steht für okay, man hat voneinander gehört, so irgendwie war man schon mal in Kontakt und heiß ist, wir haben schon mal geredet, intensiver so, wir kennen uns gut. Deshalb heißt es Kaltakquise. Wir gehen auf Menschen zu, die uns noch nicht kennen, die komplett fremd sind. Plus wir machen natürlich auch warm und heiß Akquise in Form von, wenn du Menschen kennst oder Menschen kennst, die Menschen kennen, die Menschen kennen, die Menschen kennen, die irgendwo selbstständig sind und in irgendeiner Form noch Platz haben für Kunden, noch Platz auf dem Konto haben für mehr Geld und noch Platz haben für Mitarbeiter, dann sprichst du darauf an. Und zu Beginn ist für dich Werbung schalten, für dich selbst oder in irgendwelche Marketingmaßnahmen für dich selbst zu investieren, nicht ratsam, weil du wirst untergehen gegen all diejenigen, die Marketingbudget haben, die viele Referenzen haben, die generell mit coolen Feedbacks, Strategien und Techniken punkten können, die sie schon erfolgreich geprüft haben, die auch sehr gut verkaufen können, die auch in der Lage sind, ihr Werbebudget mehrfach wieder rauszuholen, um halt weiter zu investieren. Die sind dir einfach voraus. Und deshalb solltest du erstmal gegen die nicht versuchen anzutreten im Marketingwettbewerb, wenn du Anfänger bist. Deine erste Aufgabe, das habe ich letztens im SMA-Call erklärt, weil mich eben auch einer gefragt hat, der Peter, wie funktioniert das, wie soll ich anfangen? Und ich gesagt habe, okay Peter, schau mal, deine erste Aufgabe besteht nicht darin, jeden überzeugen zu wollen. Du kannst auch niemanden überzeugen. Du kannst auch niemanden motivieren. Du kannst einfach nur Informationen teilen mit Menschen. Und diese Informationen lösen dann in diesen Menschen entsprechend was aus. In dem einen Handlungsbedarf, in dem anderen Desinteresse, in dem anderen, ja, kann was sein, kann auch nichts sein, keine Ahnung, schau mal. Und deine Aufgabe ist am Anfang, nur Informationen zu verteilen. Sowohl an Menschen, die du kennst, die irgendwas mit Selbstständigkeit zu tun haben, als auch an Menschen, die Menschen kennen. Die Menschen kennen, die Menschen kennen, die Menschen kennen, die was mit Selbstständigkeit zu tun haben. Also die heiße Akquise, die warme Akquise und dann die kalte Akquise. Über LinkedIn, über Facebook, über Instagram, über E-Mail, über Briefe, ja, über das wundervolle Telefon. Und jetzt auch wieder über, lauf einfach mal in ein Geschäft rein. Oder sprich doch einfach mal mit einem Kellner. Sprich doch mal mit einem Kassierer dort. Unterhalte dich mit Menschen und stelle ihnen Fragen. Hey, ich habe gesehen, ihr schaltet noch keine Werbung. Hey, ich habe gesehen, ihr nutzt den Facebook-Pixel gar nicht auf eurer Webseite. Hey, ich habe gesehen, ihr habt noch gar keinen Imagefilm. Hey, ich habe gesehen, ihr postet täglich was auf Instagram, aber da kommt kaum Interaktion bei rum. Hey, ich habe gesehen, ihr sucht neue Mitarbeiter. Hey, wenn ich mich so umschaue bei euch im Fitnessstudio, sehe ich immer wieder die gleichen Leute. Sag mal, habt ihr eigentlich noch Platz für neue Mitglieder? Stell Fragen, stell gute Fragen, stell schlaue Fragen. Und danach verteile ich eine Information. Und zwar, ich glaube, dass ich dir in dem Punkt, über den wir gerade geredet haben, helfen kann. Bist du grundsätzlich offen, dass wir uns mal zusammensetzen und darüber sprechen, wie ich dir dabei helfen kann, deine offenen Stellen zu besetzen. Dabei helfen kann, mit einem Imagefilm für gutes Branding zu sorgen. Mit einer Interaktionskampagne dafür sorgen kann, dass mehr Menschen interagieren mit deinen Beiträgen. Dass ich dafür sorgen kann, dass mehr Menschen in dein Restaurant kommen. Dass mehr Menschen in deinem Onlineshop kaufen. Dass du Kaufabbrecher wieder ansprechen kannst, indem wir den Pixel installieren. Bist du grundsätzlich offen, dass ich dir in einer halben Stunde mal ein bisschen was dazu erzähle. Und dann kommt entweder Ja oder es kommt ein Nein oder es kommt ein Weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, kann ich mich schon mit beschäftigen, aber bin unsicher. Die Unsicheren und die Sicheren, die willst du haben. Die Nein sagen nicht. Und bei den Unsicheren würde ich auch nicht zu viel Zeit verbringen, wenn du die nach, sag ich mal, ein paar Fragen und weiteren Aussagen nicht zu jemandem klickst, der sicher ist. Zieh weiter. Weil du hast als Anfänger nicht die Fähigkeit und die Energie, sowohl jemanden, der Nein sagt, als auch jemanden, der unsicher ist, zu überzeugen. Weil die sind viel kräftiger in dem Moment. Die sind viel mehr überzeugt von dem, was sie gerade machen. Also bis du die gefunden hast, die sich sicher sind, die das wollen. Das sind die Low-Hanging-Fruits. Und dann wirst du besser. Du baust Budget auf. Du baust Referenzen auf. Du lernst zu verkaufen. Du lernst, deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. So, und dann gehst du den nächsten Schritt und fängst an, statt halt davor so Guerilla-Marketing zu machen, insofern, dass du alles Mögliche irgendwo irgendwie informierst und machst, dich für einen Kanal zu entscheiden, der für dich besonders gut funktioniert und den stark zu machen. Und wenn du das hingekriegt hast und noch besser im Verkaufen geworden bist und noch mehr Referenzen aufgebaut hast und noch mehr Budget und jetzt auch Mitarbeiter hast, dann fängst du gerne an mit Werbung. Weil dann hast du alles, was du brauchst, um richtig gute Ergebnisse zu erzielen mit Werbung. Mitarbeiter braucht man nicht unbedingt dafür. Aber du kannst halt nicht alles alleine machen. Du brauchst halt irgendeinen Mitstreiter, der halt Fulfillment macht und jemand, der halt nachher den Verkauf macht, vor allem, wenn du Geld in Leads investierst. Und dann fängst du damit an. Und das ist dann unschlagbar. Na, also auf jeden Fall. Und der nächste Schritt danach ist, wieder alles zu machen, omnipräsent zu werden. Werbung auf allen Plattformen, über verschiedene Funnel, ja, dann wieder Briefe zu verschicken, wieder Direktnachrichten zu schreiben und auch noch Kaltakquise zu machen. Na, und dann machst du halt wieder alle Kanäle, um halt überall zu erreichen. Und guckst halt dann natürlich, wo liegt die Kack, ja, die Customer Acquisition Cost in dem Sinne. Super witziger Begriff, nutzen Startup-Menschen und Leute, die mit Software zu tun haben, sehr, sehr gerne. CRC, Customer Acquisition Cost, also was kostet dich ein Kanal, um einen Kunden zu gewinnen. In allen Kosten, die entstehen dafür. Ja, und wenn alle profitabel sind, sensationell, dann behalt sie bei. Schau, welche du an welches Limit treiben kannst. Und dann gib ihm. Hey, dann steht dir alles offen, was du möchtest. Hallo, mein Name ist David. Ich war heute ebenfalls anwesend auf dem Event, am schönen Samstag. Ja, das war ein sehr informatives Event für mich. Gerade die Learnings, die ich durch die verschiedenen Coaches, die anwesend waren, nochmal mitbekommen habe für den Weg. Einige Sachen konnte ich, sage ich mal, direkt verarbeiten. Die anderen werden sich dann, denke ich mal, in den nächsten Tagen anstellen. Da werde ich mir auf jeden Fall ordentlich Gedanken machen. Ich werde auf jeden Fall Teilnehmer bei den nächsten Events sein. Es war sehr spannend, sehr informativ. Und ja, ich hoffe, ich sehe einen von euch dort dann auch wieder. Und hoffentlich die gesamte Truppe, die hier ebenfalls anwesend war. War ein super Event. Und ja, ich habe mir auch anwesend. Das stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020